In Ihrem Materialteil M5 finden Sie den Volltext der T-Alarmen und wir werden jetzt nicht alle Paragrafen durchgehen, sondern die Voraussetzung um dieses Video sich auch vernünftig anschauen zu können ist, dass Sie diese T-Alarmen sich selber mal angeschaut haben. Das heißt wir gucken uns jetzt immer nur bestimmte Kapitel oder Ausschnitte an. Springen wir da als erstes in die Begriffsbestimmungen. Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen. Auch das ist eine wichtige Sache, dass Sie wissen, was ist die Vorbelastung, Zusatzbelastung, Gesamtbelastung und was sind Fremdgeräusche. Schauen Sie sich das an, wenn Ihnen das nicht mehr parat ist. So, gucken wir uns weiter den Verordnungstext an. Die ersten Abschnitte oder Kapitel beziehen sich auf eine emissionsrechtliche Einstufung der Grundsituation. Das ist selbsterklärend. Auch das sollten Sie sich selber anschauen. Das nächste, was wirklich wichtig ist, das sind die Emissionsrichtwerte. Das ist ein ganz bewusst gewählter Begriff. Also nicht Emissionsgrenzwert, sondern Emissionsrichtwert, weil es bestimmte Bedingungen gibt, unter denen ich auch eine leichte Überschreitung zulasse. Da finden Sie jetzt Emissionsrichtwerte für Emissionsorte außerhalb von Gebäuden, je nachdem, welche Gebietseinstufung ich habe. Da jeweils Tag- und Nachtwerte. Das setzt sich dann hier fort. Dann gibt es einen Hinweis über kurzzeitige Geräuschspitzen, also Pegelspitzen. Sie finden Grenzwerte oder Emissionsrichtwerte besser gesagt, Entschuldigung, für Emissionsorte innerhalb von Gebäuden. Auch das muss ich mir anschauen. Da geht es dann aber ein bisschen weg vom Emissionsrecht hin, auch in den baulichen Schallschutz. Sie finden Emissionsrichtwerte für seltene Ereignisse. Und alle drei Fälle müssen Sie emissionsrechtlich bewerten. Sie müssen sich also anschauen, Emissionsort außerhalb des Gebäudes, gegebenenfalls innerhalb des Gebäudes. Sie müssen etwas sagen über seltene Ereignisse. Vielleicht haben Sie die nicht, aber bewerten müssen Sie es. Und Sie schauen sich jeweils den Tag- und den Nachtzeitraum an. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Abschnitt, der nämlich über die Beurteilungszeiten. Das ist das, was ich eben sagte. Also die Beurteilungszeit ist der Zeitraum, über den ich die gesamten Lärmemissionen verschmiere, verteile. Und da ist der Beurteilungszeitraum für den Tag, für die Tagperiode von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends und nachts dementsprechend von 22 Uhr bis 6 Uhr. Aber ich verschmiere nicht über den gesamten Zeitraum, sondern immer nur über einen Ausschnitt. Das steht hier unten. Also die Emissionsrichtwerte, die oben stehen, werden Tag, also für den Tagzeitraum über eine Beurteilungszeit von 16 Stunden verschmiert. Aber nachts gucke ich mir nicht die gesamten 8 Stunden an, sondern nur die volle Nachtstunde, zum Beispiel 1 Uhr bis 2 Uhr oder 2 bis 3 und so weiter. Also ich gucke mir den gesamten Nachtzeitraum an, aber jeweils nur die einzelnen vollen Stunden. Und die, die am lautesten ist, ist dann die relevante Nachtstunde. Das ist wichtig, vor allem im Bereich der Übergänge von Tag zu Nacht. Also zum Beispiel, wenn Ihre Frühschicht in einem Produktionsbetrieb um 6 Uhr beginnt, naja, müssen die Mitarbeiter natürlich vorher kommen, sich umziehen, um dann um 6 Uhr anfangen zu können. Das heißt, der Mitarbeiterparkplatz öffnet vielleicht schon um 5 Uhr. Das liegt aber im Nachtzeitraum. Das heißt, wenn die gesamte Mitarbeiterschaft um 5 Uhr den Mitarbeiterparkplatz nutzt, hat das natürlich andere Lärmemissionen zufolge, weil ich diese 5 bis 6 Uhr mit den Nachtwerten bewerten muss. Oder wenn eine Anlieferung frühmorgens stattfindet, vor 6 Uhr, dann hat das ganz andere emissionsrechtliche Konsequenzen, als wenn das alles erst nach 6 Uhr losgeht. So, dann gibt es noch Zuschläge für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, weil ich da vielleicht in meinen Ruhezeiten gestört bin. Und das Ganze gilt nicht für alle Gebietseinstufungen, sondern nur für die Gebiete Buchstabe D bis F. Das heißt, gucken wir uns das nochmal an, D bis F. Das heißt, für Gebiete, in denen überwiegend gewohnt und geschlafen wird. Also Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete oder dann auch natürlich hier allgemeine Wohngebiete, reine Wohngebiete und natürlich Kurgebiete. Für diese Gebietseinstufungen gelten diese Ruhezeitenzuschläge und die erfolgen so, dass wenn ich in diesen Zeiträumen Schalldruckpegel ausgerechnet habe am Emissionsort, dass ich diese künstlich um 6 dB, das ist der Ruhezeitenzuschlag, lauter machen muss, bevor ich dann den Mittelwert bilde. Also wenn ich eine Schallquelle habe, die mit 40 Dezibel am Emissionsort ankommt, Schalldruckpegel, und ich will den mittleren Schalldruckpegel bestimmen, dann sind das nicht auch 40 dB, sondern mehr, weil im Zeitraum von 6 bis 7 und abends von 20 bis 22 Uhr ein Zuschlag draufkommt. Und an Sonn- und Feiertagen habe ich auch einen verlängerten Ruhezeitraum beziehungsweise auch noch die sogenannte Mittagsruhe. Das ist bei der Berechnung des Beurteilungspegels sehr wichtig. So, schauen wir uns weitere Regelungen an. Es gibt noch ein Kapitel über tieffrequente Geräusche. Auch das ist etwas, was ich immer mit beleuchten muss. Habe ich Schallquellen mit tieffrequentem Anteil, dann muss ich dazu was sagen. Wie das berechnet wird, finden Sie hier. Dann finden Sie hier auch, und das ist wichtig auch für Ihre Prüfungsleistung, das ist immer wichtig, wenn Sie mit Parkplätzen zu tun haben, die Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen auf dem Betriebsgrundstück sowie bei Ein- und Ausfahrt. Und das muss ich ein bisschen verschleppen, auch in den öffentlichen Straßenraum. Das ist sicherlich ein Punkt auch für Ihre Prüfungsleistung, den Sie sich anschauen müssen und bewerten müssen. So, und das war es dann auch schon mit der T-Alarm. Und das Rechtliche, das sind dann tatsächlich Rechenregeln zur Bestimmung des Beurteilungspegels im Detail, die wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Sie finden allgemeine Vorschriften, Sie finden ein Kapitel zur Prognose, also Berechnung, und Sie finden ein Kapitel zu Messungen. Das Kapitel über Messungen, das verschieben wir auf später. Das machen Sie ja gegebenenfalls dann in Ihrer Messübung. Das heißt, wir schauen uns gerade hier vorne das Ganze an. Da finden Sie dann wiederum wichtige Begrifflichkeiten und da bitte sauber arbeiten, auch in Ihrer Arbeit. Verwenden Sie die Begriffe sinnrichtig und zutreffend. Dann hatten wir das Kapitel Vor, Zusatz und Gesamtbelastung. Und da müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen. Also das, was emissionsrechtlich ja eigentlich gilt, ist das, was am Ende daraus kommt. Also die Gesamtbelastung muss den Emissionsrichtwert einhalten. Es gibt aber sehr häufig Situationen, da kennen Sie die Vorbelastung nicht aus Industrielärm. Weil es da vielleicht andere technische Anlagen schon gibt, die Sie nicht kennen, die anderen Eigentümern gehören. Und dann muss ich damit ja auch irgendwie umgehen, wenn ich die Vorbelastung nicht kenne. Und das ist weiter oben erwähnt. So, jetzt muss ich es gerade finden. Ich kann nämlich auf die Ermittlung und das hatten wir glaube ich das letzte Mal auch schon genannt, auf die Ermittlung der Vorbelastung nämlich verzichten. Wenn ich nämlich, ich finde jetzt den Absatz nicht, vereinfachte Regelfallprüfung. Wenn ich nämlich die Zusatzbelastung entsprechend, hier steht es. Nee, doch nicht. Wenn ich nämlich die Vorbelastung nicht kenne, dann kann ich nämlich unter bestimmten Bedingungen trotzdem den Nachweis führen. Und das könnten wir uns kurz anschauen. Vielen Dank. 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 Also das ist der Fall, der Regelfall eigentlich, dass Sie die Vorbelastung nicht kennen und Sie können auch darauf verzichten, wenn Sie den Emissionsrichtwert um mindestens 6 dB unterschreiten. So, hier sind dann auch noch Angaben gemacht zum maßgeblichen Emissionsort. Wo liegt der genau? Auch das ist für Sie relevant. Wir haben das Berechnungsverfahren hier oben, also mittlerer Schalldruckpegel, meteorologische Korrektur, die wir vernachlässigen, Tonhaltigkeits, Information, Impuls, Ruhezeiten, Zuschläge und das Ganze ergibt dann den Beurteilungspegel LR. Tagsüber verteilt auf 16 Stunden und nachts eben die lauteste Stunde. Also auch das lesen Sie es durch. Auch hier gibt es einige wichtige Hinweise, die Sie sich aber selber durchlesen sollten. Das machen wir jetzt nicht im Rahmen des Videos, sondern wenden Sie das direkt auf Ihr Projekt oder auf das Beispiel im Arbeitsheft an. Wichtig für uns ist, die Handrechnung, die führt man in der Regel mit dieser überschlägigen Prognose durch, weil das am schnellsten geht und die detaillierte Prognose, die führt man dann rechnergestützt durch. So, das Ganze ist dann letzten Endes hier auch gut erklärt, auch wie die Zuschläge gewählt werden können und so können Sie sich letzten Endes den Beurteilungspegel bestimmen und den ich dann wiederum vergleiche mit dem Emissionsrichtwert. Wie gesagt, ich muss noch Prognoseunsicherheiten abziehen. Auch dafür gibt es ein separates Kapitel in Ihrem Arbeitsheft und darüber werden wir auch noch sprechen. Jetzt sollten Sie in der Lage sein, Grundbewertungen von Hand nach T-Alarm durchzuführen. Wir kennen verschiedene Schallquellen im gewerblichen Bereich. Wir kennen Schallausbreitung, wir kennen Schallabstrahlung von Gebäuden und wir wissen, wie das Ganze dann auch umgerechnet wird im Rahmen der T-Alarm. Auch hier wieder machen Sie doch die Übungsbeispiele des Heftes und wenn Fragen auftauchen, können wir das besprechen.